das ist doch schön so und da haben wir hier unseren auftrag in die schale geworfen wurde ist genial lasst uns selbst einbruchten jetzt so dann zeige ich doch immer wie ich das machen kann und hey du danke nanu sie sagt ja gar nichts ich habe jetzt gewartet dass ich ausschließe weil wenn sie was sagt aber ok dann machen wir los sind ja nur 800 meter bis zur nächsten aufgabe und dann schau mal was jetzt so alles passiert es ist ein ziemlich wo muss ich sagen es ist ein ziemlich zwiespaltiges spiel einerseits natürlich versucht das richtige zu machen andererseits natürlich kommen ständig so dinge wie familie bedrohen und so ein zeug halt ein sehr kritisch zu betrachten das spiel und ich muss sagen ich muss dahinter mal einen platz bitte hier in schale geworfen so darf ich jetzt so viel schaden wie möglich machen und dann verhaftet zu werden das wäre natürlich lustig wäre ich sofort dabei kenne korrektional sette vor kurzem haben die da alles erneuert volumens neuster technik netzwerk logs automatisierte überwachung wer ist der typ in einem älteren gefängnis hätte ich ein problem aber hier hat blumen recht ihre technologie erleichtert das leben so 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 Das ist ein Boot! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jody, dass wir glitzend. Nicht bewegen. Fierce. Eben. Never again! Smith! Okay, wir haben also einen neuen Namen gewählt. So. Dann wollen wir nochmal schauen. Ach, da ist irgendwas. Das ist ein Schütze, den wir gerade haben. Und... Hallöchen Schaukasten. Hmm. Hallöchen Kasten. Hmm. Hallöchen Kasten. Okay. So, vielleicht doch aus denen da hacken oder was auch immer das da ist. Ich bin drin. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Ich bin drin. Okay, das Ganze nochmal. Das war jetzt ein bisschen unüberlegt. Ich glaube ich werde die Leute ausschalten. Blackouts blockieren die Geräte ihrer Gegner, fliehen sie durch ein Tor, schließen sie es und lösen sie ihren Stromausfall aus. Ich bin drin. Okay. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Was? Lol. Okay. Das geht also gar nicht. Ich kann keinen ausschalten. Das muss man natürlich erst mal ausfinden. In die Türen kann ich auch nicht rein. So. Okay. So. Okay. So. Okay. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Na komm her. Na nun, wo bin ich denn hier? Ich habe etwas Interessantes gefunden. Etwas Namen. Berwinder. Ich weiß noch nicht viel darüber, aber der Name tauchte bei meinen Recherchen zum Merlot schon auf. Es scheint ein Code in einem des CTO-Listen zu sein. Berwinder. Der Begriff wird meist wie an Zukunftsprognosen verwendet. Komischer Name für den Programmcode in der SWAT-CD. Ich kenne meine Programmierer. Die machen nichts ohne Grund. Der Name wurde bewusst gewählt. Meine neue Gabs sind weg. Höchstwahrscheinlich soll dieses City US, was momentan so zur Verfügung steht, im Endeffekt für etwas ganz anderes benutzt werden, die stellen echt eine Menge Wachen, ich habe keine Ahnung wie ich da durchkommen soll, jetzt steht er da, okay Jetzt ist er da hinten Ich bin jetzt hier, dann habe ich da unten noch einen Typ mit der Kamera Den sollte man vielleicht mal hacken, um was wo er langläuft Also der, der sich dann so anlehnt, gell? Okay Okay, zwei Wachen können mich sehen So lange der da so rumsteht, wird das nichts Ich musste besorgen, dass der sich irgendwie, also ich muss warten bis der sich irgendwie umdreht Ich würde ihn so gerne erschießen Ich würde ihn so gerne erschießen Okay Okay Da, das. Lol. Was war das denn jetzt? Wie hat der mich denn entdeckt? Oh, bitte lass mich nicht alles von vorne machen. Das wäre so. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, sehr schön. Wo muss ich hin? Hallo. Von wegen ganz oben. Wo ist denn das? Von wegen ganz oben. Ich muss da rüber. Ja komm, iss irgendwas. Mach irgendwas. Da, 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 da. Ja, da ist nichts. Da brauchst du mich dann nicht festhalten. So. Ho, ho. So, dann hacken wir mal ein bisschen.